So, damit willkommen zu Ale and Tail Tavern. So, machen wir schon die Settings durch, Englisch. Ich habe schon die Säge, okay? Warte los hier. Geschirrwässer, Wäscher, Assistent, okay. Freunde? Ah, nein. Vollbildhof, Housing, Field of You. Vollstärkisch, Stimmen, Rostchat, Rischetar. Frag nochmal aus, wenn es da im Spiel E-Wall-Chat gibt. Mause empfehle ich gleich mal auf 5. Immer Rennen an. Kurz vorbereitende Gegenstände 1 bis 9, ohne wechseln zu müssen. Ohne wechseln zu müssen, weiß ich nicht. Können wir mal anmachen, keine Ahnung, was das ist. Tastenbelegung wäre es die. Das Ortungsgerät, okay. Entfernen, Inventar, fangen lassen, ist okay. Können wir hier drauflegen und dann machen wir das Ortungsgerät hier drauf. Und nachladen. Okay. Ist das ein Shooter? Okay. Neues Spiel. Er wäre ne Name. Kann man irgendwo... Würfel? Ne, ne. Bierstube. Da roll'n Fasson. Grüezi, Traveller. Lass mich sagen, du bist der neue Bewohner des Tavernes, die wir vor uns stehen. Wow. Du bist ein Seer. Ja, all of my savings and inheritance went to acquire this tavern. My dream has come true. Saving royal figures, engaging in duels, and determining the fate of the world. And you dream of serving oatmeal and ale to... I have a knack for culinary arts. My purpose is to turn sad and hungry citizens into happy and well-fed ones. Well, it's a noble cause. The people around here love to eat and drink. And they know how to have fun. Nice to meet you. And who might you be? I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place. But perhaps I'll stay. I see potential in you. And where there's potential, there's trade. In short, if you need anything, come to me. To buy, to sell. And I'll also share some news with you. What a wonderful place. And such kind people. Our land is wonderful indeed. But it's not always peaceful. Especially at night. Monsters roam the forests and swamps. Disturbing the peace. But don't be afraid. I have weapons too. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories. But getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern. And to send any troublemaker packing. You have a way with words. With a axe. A axe. Where do I buy it? A verbraucher? A axe. That means, she also uses it. A zerbrich Bretter, um in the taverne to go. Okay. Wo ist das dunkel hier drin? Zubrich da, alte Fass. Kaputtes Fass. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal neue Fasser für Bier und Co. Hier sind noch den Kling zu. Wo ist die Tür zu machen? Ah, nö. Was steht hier? Ist das Spanisch? Fett, Polada. Was haben wir hier? Player 3, Player 3. Das ist noch gesperrt. Einstellungen, Steuerung. Waren wir auf 7,5. Okay, haben wir noch was? Was haben wir? Kaufe einen Besen. Okay, Erbrauchen, Verbrauchen. Schmutz, schmutz, schmutz. Gemeindnisholz. Gemeindnisholz. Geschwörplatz. Gericht anrichten, Gerichte anrichten. Gerichte anrichten. Schmutz, Schmutz. Schmutz, Schmutz. Schmutz, Schmutz. Schmutz. Erbrauchen, Schmutz. Spindy. Was sind denn hier? Spinnen nach da hinten? Nein. Die könnten wir eigentlich hier lassen, weil dann gibt es keine Mücken. Fliegen wären dann auch gleich weg. Dann landen wir schon mal nicht im Essen. Können wir noch haugen wo was? Warum hängt das da oben und die Oben gehts auch noch hin. Kaufe einen Fasshalter. Fasshalter, Schirrwäsche. Ist das alles Verbraucher? Reparatur haben wir. Kaputte Geräte zu reparieren. Fasshalter, Schirrwäsche, Erd, das da, das da. Ok. Fasshalter auf. Na gut dann machen wir die Küche hier hinten hin oder? Kommen wir das hier hin? Geschirrwäscher. Da ist es drin oder? Tochstelle. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir es später noch mal umplatzieren. Was ist das? Ach Fermentierer. Ok. Braukessel. Stellen wir daneben so hin. Ok. Kaufe Fass, Gerste, Eimer, Krug. Gerste? Ach das sind auch Verbrauchsgegenstände. Fass, Krug, Teller, Eimer. Ich glaube wir machen mal ein paar mehr Teller und ein paar mehr Dinge. Eimer reicht glaube ich eine oder? So. Weil ich glaube nicht, dass ein Teller und ein Krug reichen wird. So Fass. Gegenstand platzieren. Zubereitung. Zubereitung. Gerstenwürze. Gerste. Und Wasser. Ok. Wo kriegt man Wasser her? Ah ja. Ok. Wasser. Dann nimm das westliche Wasser hier hin. Können wir gleich nochmal Wasser holen. Und ich glaube wir brauchen auch das Hals gleich. So. Mit schmutzigem Geschirbelladen. Haben wir keins. Aber was machen wir mit dem Fass? Das kommt doch hier drauf oder? Hm. Zubereitung beginnen. Start hier. Zubereitung beginnen. Start hier. Und noch ein Wassereimer. Wasser haben wir schon mal drin. Gerstenwürze. Alles klar. Ok. Wir brauchen hier nochmal Gerste. Oh. Die ganze Vorbereitung. Ja. Ich stelle da ein stark viel Fass her. Ja. So. Wollen wir gleich ein bisschen mehr. Ling Ling Ling. Klingel finde ich jetzt schon witzig. So. Was hier rein? Wasser haben wir oder keins? Ah. Hier geht es doch nicht raus. Ok. Wasser? Ne. Das ist hier. Ok. Jetzt können wir das hier hinstellen oder? Ja. Ok. Dann können wir das Bier hinstellen. Ok. Aber das brauchen wir den Teller. Achso. Hier. Gersten 3. Brauchen wir auch wieder Gersten. Wasser. Oh Gott. Seh schon. Das kann den Stress also haben. Aber das Spiel hat auch einen Koop. Ach. Ist bestimmt ganz interessant. Hat es Bing gemacht. Hier macht es auch Bing. Hier brauchen wir nochmal Wasser. Das Fass. Kochen. Hier können wir gleich wieder nachfüllen. Kochen. Ja. Und hier machen wir Essen hin. Ok. Schaller benötigt. Wir machen mal den Eimer wieder voll mit dem Wasser. So. Dann kaufen wir uns gleich mal noch 5 Krüge. Weil wir haben hier hinten. Ok. Das sind nur 4. Wir haben doch 5. Wir haben von jedem nur 4 gekauft. Ich dachte es waren 5. Na gut. Dann nochmal 4 Krüge und 4 Verlächeln. So. 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 Dann versuchen wir alle ... Ok. Und nun. Achso. Kauf einen Tisch. Oh. Shit. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet wie viel Geld wir so haben, ne? Ich kaufe hier alles Mögliche ein. Böbel, Tisch Okay Okay, ist der Tisch mit? Stühle? Ja Okay, dann könnten wir ja direkt noch einen kaufen Kann man das auch drehen? Ach hier, ja Ah, hier unten ist doch eigentlich doof, ne? Hier so Pff, hm Was man ja noch durchlaufen kann Ach komm, da können wir uns um den Tisch leisten 400 haben wir noch Aber wir brauchen natürlich auch, äh Ja, es könnte eng werden dann mit dem Geld Was ist der hier noch so hin? Können wir ja nicht mehr durchlaufen Naja, schon X entfernen Okay, hier oben ist echt doof Dann würde ich sagen, machen wir die ersten Ja, hier unten ist auch vielleicht nicht so geil Äh, hallo Tisch Wieso ist hier Schmutz? Falla Haben wir noch nicht alles gereinigt 84% Sauberkeit? Oh 87% Aber Wo ist denn hier noch Schmutz? Hier draußen Oder was? Was hält das hier draußen auch mit? Oh Power in die Knie Ein Pfeil im Knie Was ist denn hier noch Schmutz? Oh Ich sehe ja keinen Schmutz mehr Was ist denn hier noch Schmutz? Hier Das sieht man gar nicht, ne? Speisekarte Es ist bei 90% Irgendwo fehlt noch Ah, hier hinten Aber hä, waren wir da nicht schon? Komisch Na gut 93 Fehlt immer noch was Da hinten Okay Okay Jetzt ist clean Ne 96 Was ist denn hier noch was? Irgendwo ein Spinnennetz Oder irgendwie so Fußabdrücke Irgendwo Mülll Oh Hier vielleicht? Ne Ich glaube so aus, ne? Okay, ich gehe nochmal aus Ich guck mal Na guck Jetzt aber 100% Jawohl Okay Dann stellen wir jetzt mal die zweite Bank noch hin Ah, hier drüben ist schon Ja, es geht eigentlich hier, ne? Dann kann man hier noch so vorbeilaufen, aber es ist auch Oder man soll das gar nicht so eng auf eng stellen Kann auch sein Aber hier ist auch drauf, hier würde ich ja rumlaufen können Ja gut, dann machen wir das doch hier unten hin Machen wir das hier unten hin Die eine hier Und die daneben Geht nicht daneben Warum geht das nicht da hin? Oh So Irgendwer Crap oder was Okay Die hier hin Die nochmal drehen So So Hier so Können wir die andere bestimmt noch ein bisschen umrücken Ja Ist die hier so Angefähr so Und Okay, man kann noch zu hinten drauf gehen Oh Okay So Speisekarte Gerstenbrei Starkbier Alle Gekrocht Gebraten Gebacken Getränk Okay Und nun Öffnet die Taverne Ah Und hier haben wir dann Quest Bitte versuche das später erneut Okay Okidoki Kann man hier Bäume fällen oder was? Ne Da steht Müll Da steht Müll Kann man bestimmt Sachen später dann anbauen oder was? Sieht aus wie so ein Garten Einmal vollmachen Gartenbeet Ich glaube man kann das dann irgendwie Äh Ding machen Was ist mit ihr? Hallo? Entscheiden sie sich Lass mich raten die Tische stehen zueinander aneinander Kommt der nächste Stellung bitte Gerstenbrei Kommt sofort Zweimal Gerstenbrei Wie schmeiß ich den Müll weg? Hm Nein Okay Der Rest will wieder brei Drei 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 Ich muss die Maus gedrückt halten auch noch. Ja damit ist es ein bisschen dreckig. Der Rand ist sauber. Wasser, wir bauen neuen Gersten dabei. Für Bier. Ich sag da das arbeitet mit dem Atemus. Ich sag da das. Ich muss Wasser holen. Okay. Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, Bett. Eins hab ich. Lady Swords. Da haben wir ja noch welche. Waschen, waschen, waschen. Das rein, das rein kochen. Das ist noch voll, das ist gut. Noch zwei Bier mit. Was ist da? Neue Zapfmeer. Bierkrug benötigt. Waschen. Wasser einfüllen. Ja, so halb sauber ist auch sauber. Nur bis Schnausen. Hä? Wo soll ich denn? Wollt ihr noch ein Bier? Nein. Komm das heuer her. Komm geh mal, du bist besoffen. Sieh zu. Waschi, 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 waschi. Ah, wir haben wieder Kameras noch. Naja, und solange die zwei Damen sich dann noch entscheiden, an welchen Tisch sie sich setzen wollen. Ich weiß nicht, gibt es dann auch so Beschäftigte? Dann haben wir hier noch dieses... Mensch, muss Krüge spülen? Ja, wir haben wieder Kameras noch. Ah. Ah. Alter, die machen hier alles leer. Und wir haben wieder kein Wasser. Also das können wir schon mal da rein tun, wieder Wasser holen. Oh. Müssen wir brauchen mehr Geräusche und wieder Wasser. Oh, das war's. Komm, du bist besoffen, Hopp. Okay, waschi waschi waschi, dann kann man hier noch zackfen. Starkbegrug benötigt, wo sind denn die alle? Waschi waschi waschi. Okay, waschi? Oh! Wo, wo gibt's denn hier einen Mülleimer, verdammt? Zweite Apfelgewebs. Wie kann ich das hier so aufheben? Wo, wohin damit? Schließe die Taverne, jetzt wo es so gut läuft? Nee. Wer hat denn hier die Äpfel? Verkaufen, Äpfel. Perfekt. So, wir brauchen wieder Wasser. Okay, die wollen saufen, 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 saufi, saufi, saufi. Wasser, Wasser, Wasser. So, Mist, wir brauchen auch Gerste. Okay, haben wir keinen mehr, doch hier. Perfekt. Wir brauchen... Schümmel und Apfel oben. Wir brauchen... Äh, verkaufen. Da, da. Dann brauchen wir... Oh, cool. Hier gibt's runde Tische. Truhe. Zum Lagern von Gegenständen. Herd mit einer Kochstelle. Das haben wir ja alles schon. Hier haben wir zwei Kochstellen. Automatische Geschirrwäscher. Ab Stufe 8. Komposteimer. Ofen. Zum Backen. Mit Presse. Mit vor allem Saft auf Obst und Gemüse zu breisen. Da kann man bestimmt auch den ganzen Apfelkrebs reinschweißen. Krillregal. Tellerregal. Grill. Okay. Musikbox. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall... Mal hier noch so ein Fass. Und... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Mal noch ein Eimer. Was ist das? What the heck? Was bist du denn? Beute. Gold. Hm. Watt. Die kommen hier Zombies? Okay, guck mal. Starkbier, Starkbier. Hier wieder Bierbrauen. Wir haben die Gerste vergessen. Okay. Wir brauchen viel mehr. Das ist natürlich... Kostet halt 100 Dollar, ey. gut. Dann brauchen wir das Fass. Dann machen wir das. Schnell! Schnell! Das ist wirklich lustig! Schnell! Okay, brei brei. Starkbier. Schnell! Schnell! Die sind schnell! Der sind schnell! Der hat... Die sind schnell! Oh! Odego? Musst du mal hier zwischen ihren Beinen wischen? Komm! Ups. Boah was ist das? Ich brauche einen Powerhammer. Boah, boah, boah. Hallo, Traveller. Das ist da. Bauhammer hier hin. Das hier hin. Teller hier hin. Das hier hin. Das Fass kann man da leisten. Das hier wo? Bauhammer. Oh Gott. Nein. Nein. Ich muss das mal reparieren. Okay. Ah. Ach da wo die Löscher sind quasi. Okay. Okay. Okay wir holen nochmal Wasser. Machen beide gleich voll. Mal. 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 Wasser, 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 Wasser Bier haben wir keins mehr stehen Zapfen können wir auch keins Vielleicht mal neu ansetzen Da sind wir noch Echt, wie sieht es aus? Na, hab ich noch mehr Teich gemacht? Komm mal, hau jetzt mal ab. Du bist besaft. Du hoch. Du hoch. Platz für neue Gäste. Oh. Kann man noch Bier einstecken? Ah, was hat er jetzt entfahren lassen? Ich glaube, die Tische stehen zu nah aneinander. Das muss man auf jeden Fall mal ändern. Was sagen wir noch? Lass mal spielen. Kör sein. Das war's für heute. Okay wir sollten vielleicht doch mal die Taverne zumachen, dass wir hier so ein bisschen wieder nachfilmen können alles. Aber aktuell sieht es doch ganz gut aus. Bisschen chaotisch. Das ist wieder hin. Wo ist denn jetzt das, äh. Die haben wir doch. Hä? Was? Warte mal. Ah ok. So. Dann. So. Wasser. Haben wir natürlich wieder keins. Auch gleich wieder nachlegen. Und Wasser. Achso nochmal ein Gas. Alles klar. Ach je. Tata tata tata. So. Ein bisschen Aufzeichen nachlegen. Fünf. 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 Ja das war. So. Und alle glücklich. Ohohohoho. Irgendwo Müll? Ne. Aber wir sollten die Taverne trotzdem mal zumachen, weil die Tische irgendwie ein bisschen weiter auseinander machen. Also ja mein ich komm durch. Aber die NPC hieß, äh. Oh das ist Dreck. Das sieht man auch so schlecht irgendwie. Ohohoho. Das ist 84%. Ohohoho. Ohoho. Ohohoho. 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 Ohohohoho. Mhm. Ohohoho. Ohohohohoho. Was cool wird ja diese automatische Geschirrspieler. Einfach alles reinschmeißen und dann muss man vielleicht nur Wasser nachfüllen. Okay. Zubereitung. Was ist da rein? Wasser brauchen wir auf jeden Fall wieder. Holen wir erstmal ein bisschen Wasser. So. So. Okay. Okay. 3 brauchen wir wieder 9. Schon wieder 500. Ja nach denen können wir dann mal schließen. Tun wir mal alles hin platzieren was wir noch so haben. So. Gehen wir den Apfelgrips da verkaufen. So. So. Komm mach dich raus jetzt. Hörner zu. So. So. Gemüse. Mit. Mit. Gef modernsten. Tja. Es ist doppelt recht. Okay, Wasser holen gleich mal noch. Redet mit dem Händler. Ja, der erste war auch mal wieder. Und Wasser. Und wenn wir das so hin. Einbauen. Immer noch weg. Und dann. Kann man noch zwischendurch laden? Geht das noch ein bisschen näher? Naja. Ey, machen wir es doch. Gut, äh, aufraschen braucht man nix. Mal noch Bier rauslassen. Das ist alles voll. Das ist auch alles voll. Okay, ähm, Gerst haben wir noch nicht gekauft. Und den einen Apfelkommode verkaufen. Ja, warte, ich rede gleich mit dir. Äh, Verbrauchung. Das Gesundheitstrank. Fackel spendet Licht und setzt Objekte in Brand. Gäste Lebensmittel. Starkbierfass. Gibt eigentlich auch noch einzelnen Stellen. Da war wieder so ein Halter. Eine Angel. Fische im See verwendet. Okay. Lässt sich nach einiger Zeit ernten. Armbrust, Schwert, Möbel, Grille. Ja. Das Kugel. Das Kugel. Das Kugelprojektile. Okay. Wir haben jetzt noch so ein zweites Fass. Das heißt, wir bräuchten noch mal sowas. Und. Da ist eine Weltkarte. Frügelregal, Tellerregal. Musikbox, Lebensmittel. Oh. Haben wir jetzt so ein? So ein Fass haben wir ja schon. So ein Fass brauchen wir. Okay, reden. I see things are going smoothly for you. Don't you think it's time to get your hands a little dirty? I mean learning to grow your own plants. In the back yard of the tavern there are garden beds and a creature that will be your guide into the fantastic world of plants. Find einen dünnen, gruseligen Typen. Ah. Mhhh. C. Sumpfelder. Wald. Steckbrief Oh Okay Ich sehe Wir machen nicht nur Essen Sondern auch Ähm Ja so Quests halt So Wasser hier rein Dann haben wir schon Halt Gersten Ding Hier Und dann Gerste Wasser Kürzer Wasser Okay Hier ist nur Wasser Also wir sehen recht gut glint aus Ähm Oh wir haben zweimal Starkhilfers Oh wir haben auch noch Den Halter ne Ähm Warte Den Halter So Ähm Das Fass So Wöschte man eigentlich noch mal einen Halter Oh Oh Starkvierpass benötigt Okay dann tun wir das hier hin Ja ist eigentlich egal Dann haben wir es dabei Das ist auch voll Wasser könnten wir noch mal nachfüllen gleich Das war ne Vogelscheue Joa So Genau Ja dann machen wir an dieser Stelle einen Cut So das ist ja Und sehen uns dann gleich Wieder Genau Dann suchen wir den Den dürren Mann da draußen Schauen wir mal So bis gleich so 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 Untertitelung des ZDF, 2020